Hallo liebe Freitag Park Freaks, ich hoffe man hört mich einigermaßen, es ist echt laut hier auf der Nature One. Einmal hier, um kurze Rückmeldung zu geben, es ist mega, die Stages sind der Hammer, es läuft viel Techno, es läuft ein bisschen Hardstyle, viel Hardcore tatsächlich, was ich nicht erwartet habe, aber was irgendwie ganz geil ist, hinter mir sieht man so ein bisschen die Mainstage, ja das sieht schon ziemlich geil aus, das sieht ziemlich fett aus. Im Dunkeln ist es natürlich doch fetter, aber im Dunkeln kriegt mein Hackney das nicht auf die Reihe, also von daher genießt sie noch kurz. Wunderschön, ich wünsche euch einen angenehmen Abend, ein angenehmes Wochenende, was auch immer ihr jetzt noch vorhabt, schön freaky bleiben, ihr findet uns auf Twitter, Facebook und YouTube, hoffe ich. Bis dann!